ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading mit binänenoptionen mit forex mit crypto und mehr ja heute möchte man gerne wieder video drüber machen was man schreiben sollte wie man schreiben sollte wenn man keine zeit hat ich meine wirklich keine zeit vielleicht am tag zehn minuten maximal sagen maximal zehn minuten dann sollte man unsere fünf sekunden signale vollautomatisch train keine zeit bedeutet automatisch train und fünf sekunden trades also desto schneller die trades zu ende sind desto besser was brauchst du dazu eigentlich nur links mit der trader 4 kostenlos downloadbar strategie von uns die super fünf sekunden signal strategie kostenlos erkläre ich euch am ende des videos dann mx2 trading um den meter trader zu verbinden für die signale dass er automatisch die nach pocket option schickt ganz einfach eingestellt ist die ganze sache innerhalb von fünf minuten wird es eingestellt ist einfach nur hier auf rot klicken und anfangen ja jetzt haben wir hier eine minute zwei wie wir sehen können eine minute zwei an der aufnahme und schauen wir mal schauen wir mal wie viele uns bringt gut haben seht ihr hier oben und was noch zu erwähnen für die die sich schon auskennen ja martin geld 3 step maximal und dann würde ich sagen lassen wir den guten mal rattern und schauen was uns bringt wie gesagt ich meine wirklich wenn man wirklich keine zeit hat bedeutet zehn minuten am tag dass du wirklich nur zehn minuten am tag hast dich am pc zu setzen und dann traden tust unten läuft die uhr rechts um zu sehen was wir in zehn minuten erreichen kann mit der fünf sekunden strategie wie gesagt dies automatisch verbunden der meter trader auf mx2 und mx2 zu pocket option nach unten wie das funktioniert in der trader gang wenn du in der trader gang bist ich hoffe es eingeschalten ja eingeschalten ist passt alles schauen wir mal schauen wir mal wenn die ersten trades reinkommen zwei minute und acht gucken wir uns mal an binäre option wer das noch nicht kennt also wer binäre option trading noch nicht kennt das ganz einfach zu erklären du sagst in einem von dir vorgegebenen zeitraum voraus ob ein trade fällt oder steigt in unserer sache jetzt hier mit unserer strategie fünf sekunden also bei binären optionen kannst du wirklich fünf sekunden traden wenn du jetzt sagst der steigt in fünf sekunden dann muss er wirklich über deinen einstieg sein wenn er drüber ist verdienst du geld wenn er drunter ist hast du das geld verloren so funktionieren binäre optionen mal für die anfänger erwähnt ich hoffe er tradet jetzt dann auch wie gesagt eingeschaltet habe ich hier bin mal gespannt dritte minute schon oder habe ich da irgendwas nee erster trade erster trade fünf sekunden können wir uns hier anschauen boom im gewinn 92 dollar boom zweiter dritter trade zweiter und dritter trade 92 dollar der eine oben drüber geld zurück weil der gleiche einstieg wie ausfall war jetzt haben wir schon 184 us dollar plus in drei minuten 25 mit den fünf sekunden signalen wie gesagt eingestellt ist es wirklich in fünf sekunden in fünf sekunden in fünf minuten mit mx2 trading mt4 und pocket option der broker wirklich in fünf minuten eingestellt aber dazu mehr hält wenn du in der trader gang bist und wie du in die trader gang kommst erklärt dir gleich am ende des videos wie du das alles kostenlos bekommst also unsere strategie metatrader 4 und ja die signale eben strategie signal mx2 trading glaube kostet im monat also den roboter wo wir halt unsere strategie damit verbinden mx2 trading kostet im monat lass mich nicht lügen 5 bis 8 dollar also die software hier oben mx2 trading kostet 5 bis 8 dollar im monat ja sehen wir aber jetzt hier 176 plus 76 2 im minus 3 im plus und einen im part also wenn man patzen zum gleichen einstieg wie ausstieg seht ihr gibt er uns das geld zurück ja aber wir haben ja noch wir sollen müssen ja laufen lassen wir haben noch sechs minuten fast fünf minuten 30 sowas ja dann würde ich sagen ich lasse es mal laufen jetzt noch bis die zehn minuten zu ende sind im schnelldurchlauf also weil ich nehme sie auch für euch hier lassen im schnelldurchlauf laufen und wir sehen uns am ende des der trades dann wieder am ende der zehn minuten und dann erkläre ich euch wie ihr das alles kostenlos bekommt bis auf die mx2 trading software die kostet eben fünf bis acht dollar im monat oh sind wir schon 379 ok jungs bis gleich ich lasse durchlaufen bis zehn minuten sind und dann sehen wir uns gleich wieder bis gleich so grab is Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 10 Dollar kam jeder von euch anfang, 10 Dollar pro Einstiegs-Trade. Da hättet ihr jetzt, wenn ihr 10 Dollar bloß pro Trade gemacht hättet, 95 Dollar in 10 Minuten. Also 100 Dollar, 100 Euro in 10 Minuten fast. Das ist kurzes Traden, was man mag. Kurz, knackig, wenn man keine Zeit hat und noch dazu automatisch. Entschuldigung. Wo bekommt ihr jetzt diese Strategie kostenlos her? Die bekommt ihr hier von Trader Lifestyle. Trader Lifestyle, schaut mal hin. Hier von Trader Lifestyle in Download-Strategien. Wie kommst du zu Trader Lifestyle in unsere Trader Gang? Ganz einfach. Indem du unterhalb des Videos auf den Link für Pocket Option drückst. Hier für den Broker, der verbunden ist mit MX2. Und bei Pocket Option über unseren Link einen Account aufmachst. Und mindestens 500 Dollar dann einzahlst und mir dann deine Pocket Option ID sendest. Per WhatsApp. Der Link für Pocket Option, unser Link ist unterhalb des Videos in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Meine WhatsApp Kontakt ebenfalls unterhalb des Videos in der Beschreibung und im ersten Kommentar. Deine Trader ID findest du hier, wenn du hier drauf klickst. Auf dein Profilfoto findest du deine Trader ID. Die schickst du mir bitte per WhatsApp, dass ich checken kann, ob du wirklich über uns angemeldet bist und eingezahlt hast. Und dann geht es knackig, locker, flockig los und du kannst genauso automatisch traden. Und in 10 Minuten kannst du genauso mit der Strategie 951, wenn du genug Geld hast, 100er Einsatz machen kannst. Aber wenn du bloß 10 Einsatz machst, hast du trotzdem in 10 Minuten 95 Euro oder US-Dollar, je nachdem wie dein Konto ist. Und überleg mal, für 95 Dollar oder Euro gehst du den ganzen Tag arbeiten. Hier machst du das in 10 Minuten, wenn du keine Zeit hast. Und ja, dann würde ich sagen, balaboom, balabang, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch diese Strategie gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, drück auf Abonnieren, die Glocke und ja, balaboom, balabang, happy trading. Wir sehen uns im nächsten Video. Bye meine Freunde. Copyright Untertitel Vizep��ch folgt ne pas aufbundern. Und unsere